Das hier soll eine kurze Einführung in drei Apps zum Thema Felder, Vektorfelder, Elektrostatik geben. Diese finden Sie alle hier unter den Kürzeln bzw. verlinkt in dem Moodle-Raum. In der Regel sind die alle gleich aufgebaut. Sie haben hier eine Anzeigefläche und neben der Anzeigefläche können Sie verschiedene Setups und verschiedene Aktionen hier auswählen und verschiedene Parameter. Hier zum Beispiel das einfachste Setup, hier Single Charge. Sie finden hier eine ganze Menge andere, zwei gleiche Ladungen, unterschiedliche Ladungen, also eine Deep Pulsar Charge oder eben auch beispielsweise hier eine zweileitende Fläche, also im Prinzip einen Plattenkondensator. Sie können dann Maus-Aktionen definieren. Wenn Sie mit der Maus jetzt hier irgendwo draufklicken, können Sie das Objekt bewegen. So, dichter zusammen, weiter weg, um dann im Prinzip online zu sehen, was passiert. Sie können das Objekt auch wegmachen. So, und dann ein neues Objekt hier reinpacken, zum Beispiel eine positive Ladung, hier oben drüber irgendwo. Dann haben Sie ein völlig anderes Szenario, dass Sie sich selber zeichnen können, hier an der Stelle. Sie können sich unterschiedliche Parameterfelder darstellen lassen, hier zum Beispiel das elektrische Feld oder nur das elektrische Feld. So, dann sind die Potenziallinien immer noch da, weil sie noch eingeschaltet sind. Auch die könnten wir wegmachen. Jetzt hätten wir nur die elektrischen Feldlinien. Sie können sich auch nur eine Komponente davon anzeigen lassen, was dann als Skalar, also nur in Farben dargestellt wird. Oder eben auch das EY, also das vertikale Feld. Das macht ein bisschen mehr Sinn, hier sich das anzugucken, was dann so aussehen würde. Sie können sich auch Stromdichte, Ladungsträgerdichten und so weiter anzeigen lassen. Oder auch das E-Feld als Linien anzeigen lassen, was immer Ihnen lieber ist, in diesem einfachen Elektrostratics Applet. Anderes Applet hier, dreidimensionale Vektorfelder. Das Problem bei drei Dimensionen ist ja, dass drei Dimensionen auf einem flachen Bildschirm schon schwierig darzustellen sind. Aber das geht noch mit einer Zeichnung. Aber jetzt noch eine vierte, also Feldkomponenten reinzubringen, ist durchaus ziemlich schwierig. Hier kann man jetzt kaum was zeichnen oder eigentlich nichts zeichnen. Hier kann man zoomen und drehen. So, mit Schwung kann man zum Beispiel das Ding sich auch weiter drehen lassen, wenn Sie das gerne mögen oder wieder anhalten. So, oder jede andere Ansicht sich nehmen. Sie können, das ist ja so abstrakt, sich Vektorfelder darstellen lassen. Das ist jetzt nicht etwas physikalisch existierendes, sondern hier geht es einfach um ein irgendwie geartetes Feld. Wir haben jetzt also Feld, dass hier mit 1 durch R² die Feldgröße sich ändert und da ist eine davon da. Das ist eben genau das Feld einer Kugelladung oder auch zwei Kugelladungen. Oder Sie können sich Linienladungen zeichnen lassen oder, 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 was immer Ihnen hier gefällt. Es gibt auch irgendwie abstrakte Dinge. Das ist jetzt noch kein abstraktes Ding. Das ist jetzt noch etwas, was ich mir physikalisch vorstellen kann. Aber irgendwann wird es eben auch schwierig. Man kann sich hier User-Defined Potentials und User-Defined Fields angeben. Zum Beispiel in Sonne ein Feld, nur als Beispiel mal da drin. Also ein Feld, das hier in irgendeiner Form rotiert. Und halt das X hätte ich hier rein machen müssen. Und die Null hier rein. Also kann man sich irgendetwas vorgeben. Da sehen Sie, wie die Partikelchen hier rotieren. Das können Sie übrigens, was dargestellt wird, hier auswählen. Unter Display, was angezeigt werden soll. Das sind jetzt irgendwelche Partikel, die auf dieses Feld reagieren. Das sind in diesem Fall physikalisch noch nicht einmal Ladungsträger im Magnetfeld. Das würde noch anders aussehen. Das können Sie aber machen nach der Kraftwirkung. Oder auch Feldvektoren können Sie sich hier darstellen lassen. Das ist jetzt das Rotationsfeld, das hier angezeigt wurde, das ich eben hier definiert habe. Ja, und man kann sich Streamlines anzeigen lassen. Sie können sich auch Schnitte dadurch anzeigen lassen. Das ist jetzt sehr unspektakulär. Gehen wir uns doch nochmal ein einfaches Feld wieder vor. So, also Stromlinien, No Slicing. So, also all dieses, was eigentlich nur dazu dient, irgendwelche abstrakten Dinge wie diese Felder sich anzeigen zu lassen. 2D-Felder, da hat man jetzt etwas mehr Chancen. Man könnte jetzt ein zweidimensionales Feld nehmen. Das kann man als Fläche sich darstellen lassen. Und die dritte Dimension, die man dann noch mit Tricks zeichnerisch einbauen kann, wäre jetzt beispielsweise das Potenzial. Das heißt, Sie könnten ja jederzeit irgendwelche Berge, Gebirge oder so weiter mit einem räumlichen Eindruck auf ein Blatt Papier zeichnen. Sie können nicht drüber laufen, aber mit einem räumlichen Eindruck könnten Sie es sich zeichnen. Und das passiert eben hier. Hier ist zum Beispiel das Feld einer einfachen Ladungsdichte gezeigt. So, auch das kann man jetzt hier in unterschiedliche Richtungen drehen. Man kann sich das flach darstellen lassen, dass man oben drauf guckt. Oder eben vertikal, also so schräg. Verschiedene Farben lassen sich anzeigen. Das Potenzial beispielsweise. Oder die Feldlinien. Die Divergenz. Oder die Rotation. Da ist nicht viel hier zu sehen. Ich bleibe bei der Magnitude. Field Magnitude. Ecke Potenzial-Linien. Sie können vorgegeben werden. Oder Sie können sich das Gitter vorgeben. So, dass man die Gitterlinien sieht. Und auch hier kann man wählen, ob man Partikelanzeigen gesehen möchte, die auf die Geschwindigkeit anzeigen, die dann so ein Teilchen hier haben würde, also beschleunigt werden würde. Feldvektoren geht ebenso, aber dann nicht mehr dreidimensional. Und unterschiedliche Felder sind natürlich drin, von denen man sich einen Eindruck gewinnen lassen kann. Zum Beispiel eben auch hier ein quadratisches Feld. Das wäre jetzt ein Schnitt durch ein dreidimensionales mit einer Kugelladung in der Mitte, aber dann nur einen Schnitt gesehen. Dadurch beispielsweise. Also man kann hier eine Menge spielen und eine Menge an dem Spielen eben auch lernen. Aber auch hier kann man nichts selber zeichnen. Könnte hier sogar noch ein Linienintegral finden. So, und das sollte, ist hoffentlich immer 0, wenn ich in einem solchen konservativen Feld hier herumlaufe, wie ich das hier getan habe. Das ist im Prinzip das elektrische Feld da an der Stelle. Und ich kann mir auch hier ein Oberflächenintegral definieren dadurch. Und da sieht man, dass man hier jetzt einen Fluss hat. So, durch das Ding durch. Das dürfte bei dem, müsste es verschwinden. Genau das ist nämlich genau das physikalisch sinnvolle Feld. Mit eben dem Fluss 0. Also da geht so viel in dieses Rechteck rein, wie aus dem Rechteck wieder rausgeht. Also auch die Oberflächenintegrale kann man hier bestimmen. Und das Ganze hilft beim Verständnis der Felder. Wow. Also das Ganze ist groß.